Hey, ho ihr Hotten, Partyviel da draußen und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Die erste Stunde, angezockt, wie auch immer, mit mir, dem Jens. Wir spielen Wildlands im Early Access, das ist jetzt quasi Estern, also am 6. Dezember, offiziell bei Steam in die Early Access Phase gegangen. Ich glaube, vorher konnte man irgendwie rankommen. Hatte das mal vor einem halben Jahr bei irgendjemandem Stream gesehen. Ja, ne, weiß ich gar nicht mehr. Ja, doch, in irgendeinem Stream habe ich das mal gesehen gehabt. Und ist von Bohemia Interactive. Das sind die Leute von Arma, Arma 3, Arma 2, Daisy auch, ja. Ich wollte mir das mal angucken. Ich fand das damals da recht ganz, ganz interessant aus, möchte ich mal behaupten. Und ja, jetzt sind wir hier in dem Hauptmenü und wir sehen das alles auf Englisch. Englisch geht auch, glaube ich, noch nicht weg, oder? Englisch, Spanisch, Spischig, glaube ich, ist das. Ja. Könnte, könnte Tisches sein. Beste ist dann schon Polnisch, weil das ist ja, Bohemia Interactive ist ja Polnisch, glaube ich. Naja, und was haben wir hier oben? Ein important note. Jetzt ist links, da ist meine aktuelle Steam, keine Ahnung Nummer. Wir können auf jeden Fall Ingame-Geld ausgeben. Echtes Geld. 5 Euro für 1000 Coins oder 20 Euro für 4800 Coins. Das ist eigentlich kein guter Deal. Skins. Skins ist gut. Skins ist sehr gut. Skins ist egal. Skins bocken mich nicht. Emojis sind auch... Naja, okay. Kommt drauf an, was für coole Emojis es gibt. Und Decoration. Okay. Ich weiß so gut wie gar nichts über das Spiel. Damals in dem Stream ist nicht viel passiert. Continue. Continue. 19. Juni 2017. Da habe ich das Spiel schon mal gespielt. Ha, krass. Wüst... Äh, ist... Ich, also... Ist doch nur in einem Stream gesehen. Okay. Egal. Ich würde mal sagen, wir... Okay. Ich würde mal sagen, wir machen trotzdem einfach mal ein neues Spiel. Also ich habe jetzt eigentlich tatsächlich immer gedacht, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Aber gut, wenn man sich das halt in so einem Stream anschaut, dann weiß man halt auch nicht so ganz genau. Äh... Ja, keine Ahnung. Show Default. So, jo. Schauen wir mal, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt... Ja, okay, krass. Hm. Naja. Also... Schauen wir mal. Ja, In-Game-Shop ist immer gut, wenn es da nur gerade in der aktuellen Debatte was EA mit Battlefront 2 und so weiter gemacht hat. Also... Wirklich schon was fehlt? Jetzt, wo ich das so sehe... Naja. Egal. Wir sammeln erstmal hier... Also es ist ein... Es ist ein Survival-Crafting-like-Minecraft-Game. Man kann hier Dinge tun. Und es ist laggy. Es ist laggy. Es ist richtig laggy. Also in dem Moment, wenn ich mich bewege, droppen die FPS. Ich will jetzt mal sagen, es liegt nicht daran, dass ich auf Ultra gestellt habe. Das könnte ich aber gerne mal ausprobieren. Ne. Äh. Da. Ich könnte das ja einfach mal auf High stellen. Lein Ernst jetzt? Okay, es läuft besser. Was kann man denn hier eigentlich alles so machen? Collect-Wood. Ja, also wir müssen wahrscheinlich... Also... Ich weiß nicht. Also Holz ist ja grundsätzlich immer das Allerwichtigste, ja. Also wer das nicht weiß, hat nie Minecraft gespielt. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Holz man hier machen kann. Okay. Also wir haben jetzt hier verschiedene Dinge. Crafting-Inventory. Was macht man denn im Spiel? Das ist halt eine gute Frage. Also das ist halt endlich... Ja. Keine Ahnung. An sich ist es halt wirklich Minecraft-like, dass man herumläuft, Sachen abbaut, um sich dann andere Sachen zu bauen. Und deswegen gucken wir uns das jetzt auch einfach mal ganz normal hier ganz chillig-millig an. Das ist aktuell für die Leute, die es interessiert, ist das bei Steam erhältlich. Wie gesagt, im Early Access für 12 Euro war das jetzt, glaube ich. Moment, ich muss das nachschauen. Das Ganze, also ich hasse sowas, wenn einer so rumlügt, wenn er keine Ahnung hat. Aktuell 12,20% reduziert, normalerweise sind das dann ja 15 Euro, wenn ich das jetzt gerade richtig durch den Strich gelesen habe. 16 Euro? Was ist das? Wenn er dann 25%... 15 Euro müssen das sein, ja. So. I'm cold. Okay, aha. Wir bekommen also schon mal... Okay. Also wir müssen schon mal irgendwas machen. Ähm, Klawatten. Da. Ist das Head Feather? Achso, wow. Kommt wieder. Was brauchen wir denn? Gras und Any Rope. Okay, Any Rope können wir herstellen. Ja. Ah, okay. Mit rechts ge... Ja, klar. Unten steht er mit rechts gecraften. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Gras. Wir brauchen... Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Leggy, leggy. Äh, wir brauchen... Wir brauchen mehr Gras. Ist das... Äh, das ist junger Fahnen. Das ist älterer Fahnen. Das ist großer Fahnen. War krass gewesen. Wir müssen noch mal kurz runter. Lebensanzeiger mit oben links mit 5 Herzen. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Also erstmal, erstmal einsammeln. Das kann ja alles nicht so schwer sein hier. Also Gras ist erstmal wichtig. Stammt mal hier so über die Wiese. Über die... Ach, Wiese. Bein reich mal Gras. Okay, alles klar. Ähm. Machen wir nochmal ein paar Klamotten. Okay. Einmal. Zweimal. Zweimal. So. Und jetzt? Haben wir das jetzt an? Ne. Äh, Inventar. So ein... So ein Hut. So ein Ding. So ein Ding. Jetzt brauchen wir mal Schuh, oder? Warum ist das jetzt ausgekaut? Warte mal, hä? Hä, wo sind wir denn jetzt? Da wollten wir hin. Das ist Sombrero. Boletus hat... Äh, naja gut. Der Hut hier. Weiß nicht, was Boletus sind. Und was ist das hier? Materials and Resources. Wicker Basket. Aggressives Spiel. Äh, okay. Ich weiß nicht, was ein Wicker Basket... Ich weiß nicht, was Wicker ist. Ich bin so schlecht im Englisch. Das ist der Wahnsinn. Okay, ich glaube, wir haben erst mal was gegen die Kälte getan. Das Zeichen ist weg. Oder war das nur, weil wir oben auf dem Berg waren? Dann werden wir das gleich nochmal überprüfen. Wir müssen ja Spiele hier kennenlernen. Und, 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 und. Also so macht man das halt. Ist halt immer schlecht, wenn solche Spiele starten. Man hat keine Ahnung. Und man hat direkt diesen übertriebenen Survival-Respekt. Gab's ja in Minecraft damals nicht. Also ich meine, die sind übertriebenen von wegen, äh, man stirbt halt instant irgendwie. I'm hungry. Okay, also, kalt ist schon mal weg. Äh, E-E-Food hier. Baked Potato, Roasted Mushroom oder Roasted Vegetables. 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 Okay, wir müssen Feuer machen. Also wir werden hier langsam rangeführt. Strohblock in jeglichen Formen und Farben der Götterdämmerung. Ja, was haben wir denn hier noch so? Aber das ist jetzt nicht hier unser, ich hab keine Ahnung, was das ist. Verdammt. Feuwallen. Darn. Wie machen wir Feuer? Burning Torch. Windleiter, Ironbow, Stoneknife, Stonemortar, also, hier, ist das ein Mörser, Mörser. Eine Torch und einen Woodenbow. Crazy. Any Knife brauchst du für Woodenbow, was ist denn das? Stoneaxe, Stonehammer, Stone, echt ne Machete? Stonepick. Und kann ja auch nicht schaden. Moment, Moment, Moment. Wo haben wir denn jetzt die ganzen Amatory hier? Das kommt mal auf Platz 2. Stonepick kommt mal auf Platz 1. Ach ne. Oh. Äh. Wir brauchen dafür noch Pfeile. Wie kriegen wir denn Pfeile? Ah, da. Stone Arrow. Wind, Flint und eine Feder. Ja, aber wie, wie, wie können wir Essen kochen? Das ist ne gute Frage. Kann man so einen Strohblock, wo kriegen wir Heu her? Anzünden und dann das Essen da reinschmeißen? Was sind, was sind's eigentlich? Moment. Komm wieder zurück. Es war doch da. Oh Gott. Scheiße. Hm. Also ne Wertigkeit haben die Dinger auch noch hier. Tja, also ich bin jetzt gerade ein minimales bisschen überfragt. Ich würde sagen, wir tun einfach nochmal, erst nochmal ein bisschen hier, ähm, paar Ressourcen sammeln. Da, sowas Rotes ist immer gut. Was ist das Rote? What's Tool? Eat, okay. Eat. Ah, da haben wir so. Ist das ne, ist das ne, äh, ein Pilz? Hm. Da haben wir auch nochmal ein Pilz? Rotes Tool? Ich weiß nicht, ob das ein Pilz ist. Kann ich nicht sagen. I'm not a native English speaker. Very well in your Bettgestell, ne? Das wissen wir alle. Aber muss, muss man ja heutzutage eigentlich schon nicht sein. Aber das, gerade als Let's Player. So, ähm, wie gesagt, ich würde sagen, wir erforschen hier nochmal, während wir dabei auch wurde gucken, erforschen wir, erforschen nochmal hier gerade die wunderschöne Landschaft. Also ich finde, es ist ein, es ist ein bisschen, es ist besonders, also besonders im Hinblick auf, äh, die grafische, grafische Gestaltung. Das ist ein ganz, ganz seltener Stil. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Naja, gut. Lassen wir's leben. Wir wollen uns nur vegetarisch ernähren. Und hier haben wir wieder ein paar Drops, umgas und schweigen. Oh, oh, bin ich angreifend. Lass euch auch in Ruhe. Ich versuche, mich nur vegetarisch zu ernähren. Sumac Flower. So. Ey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das war doch gerade, das war doch gerade. Raspberry's. Die kann man aber so essen, normalerweise. I'm not hungry anymore. Jawohl, perfekt. Das ist doch super gelaufen, würde ich sagen. Und dann haben wir schon einmal die Insel, äh, quasi überstiegen. Das ist alles? Mehr gibt's nicht? Höh. Also das Teil, weil ich jetzt hier gerade in der Hand hacke, ist halt eigentlich dafür da, um da rein zu bohren. Ist das hier ein guter Platz, um da rein zu bohren? Wir bohren jetzt einfach mal rein. Okay, es fällt dabei Dirt an. Dirt. Like Minecraft. Das erinnert mich ein bisschen an Astroneers. Da war das auch so ein bisschen. Ja, das ist so von der grafischen Gestaltung, kommt das schon echt an Astroneers dran. Mir fehlt immer so ein bisschen die Ego-Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat das Teil jetzt schon irgendwie, ne? Ich bin hungry, ist doch gar kein Problem. Essen wir halt mal hier ein paar Rasperies. Alles gut, dann geht's weiter. Ja. Ach so weit sind wir schon. Oh lol, ich hab gedacht, das wäre nicht so tief. Okay, wow. Jetzt irgendwie, das sah jetzt irgendwie noch nicht so tief aus. Ah lol. Okay, das ist krass. Alter, das ist ja geil gemacht. Wir brauchen eigentlich echt mal ganz dringend, äh, Kohle. Wir brauchen ja Kohle, um eine Fakke herzustellen. Ja, diese Sounds sind ja der Wahnsinn. Shit. Anni-Lighter und eine Torch. Grassropp und Raisin. Grass, Grass, Soap. Rope. Müssen wir alles andere finden, ne? Hello, hey, wo drei, halb Jahren. Gau. Haben wir schon? Wir haben schon zweimal Heu, haben wir schon. Woher auch das kommt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also wir leuchten zumindest wenigstens ein bisschen. Ich wage mich auf, was genauso schlau ist, wie in Minecraft nach unten zu mitteln. Aber wahrscheinlich kommt man dann halt auch immer schwerer raus. Das ist, äh, absolut korrekt. Da braucht ihr euch natürlich nicht so aufregeln. Das machen wir natürlich nicht. Aber das ist, also das, das hat echt mal so richtig Underground-Flair. Oh, warte mal, ich sehe auch gerade, Moment, sorry, das habe ich mir doch gar nicht aufgefallen. Äh, ja. So, dann passt das auch mit dem, mit dem Dings da drüber hier. Entschuldigung. Ähm, damit man sieht, was auf der letzten Leiste ist. Das habe ich noch gar nicht überprüft gehabt. Ich habe gedacht, ich haue mich mal aus der Ecke raus, mal ein bisschen mehr ins Geschehen des Bildes. Weiß nicht, ob das... Emotion, Speck, Replace, Emote, Active. Alles klar, man muss einfach hier mal ein paar Tasten ausprobieren. Es gibt wohl auch irgendwie ein Pferd. Gehen wir gerade raus, ich will das Pferd ausprobieren. So, hier. Geht auch hier. Ach, da, da ist da, herkommt das Heu von den Vogelnestern. Haha, schlau, schlau. Das heißt, man kann sich erst die Vogelnester rausklauen, äh, erst die Federn rausklauen und dann... Haben kein Pferd. Wir haben kein Pferd, so eine Scheiße. Äh. Wieso konnten wir jetzt da unten was... Wieso konnten wir jetzt hier unten irgendwas placen und irgendwas activaten? Achso, wir sind schon wieder da. So, so, so. Hm, okay. Warte mal. So, den kann man dann irgendwo hinstellen. Ah, 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 okay. Gehen wir mal wo wieder. Achso, alles klar, okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so die optimale Idee war. Vielleicht sollten wir uns vielleicht noch ein paar andere, äh, Tools machen. Also zum Beispiel hier die Stein... Was brauchen wir denn jetzt wieder? Also Steinachs haben wir, Stickybauer haben wir und Stonepick haben wir. Was brauchen wir noch? Den Hammer. Den Knife und Machette... Any... Komm, Alter. Das ist hier das Allzweckmittel. Heilmittel. So, was haben wir denn, Steinachs haben wir? Scheiße. Moment. Ah, sie ist schon... Ja, Worm. Schon ein bisschen hart im Arsch mittlerweile. Den Steinhammer. Äh, will ich mich verarschen jetzt oder was? Also Steinachs, Steinhammer, Steinachs, Steinpicke und Steinhammer. Steinachs, Steinpicke und Steinhammer. Ja, einen Bogen haben wir noch. Ja, und dann nur noch die Machete. Ist das Mace? Ne, das ist nicht Machete. Ist denn das... Ist das was... Kann das sein, dass es zum Graben ist? Zum Graben? Egal, jetzt haben wir sie. Ne, jetzt haben wir sie. Jetzt gehört sie uns. Keine Chance. So. Äh, Steinachs. Also, Achs bedeutet ja in der Regel... Okay. Das dauert doch nicht so lange. Wie befürchtet. Das war's. Ah, okay. Okay, wir können sogar... Wir können sogar ganze... ganze Loks einstecken. Da, 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 da. Das sind doch die... Die, die Dinger, die wir da auch brauchen. Korrekt. Alles klar. Das heißt, wir haben schon mal ein, äh... Was macht man denn mit einem Hammer? Okay. Okay. Äh, Flex. Was tut das? Mit einem Steinhammer auf dem Stein drauf, bringt wohl nichts. Das ist zum Ding. Das ist doch... Was machen wir denn damit? Ach, das... Also, das macht den Untergrund... Also, auf jeden Fall gehen wir tiefer. Kann man das... Kann man das... Was kann man noch mit dem Hammer machen? Okay, kann man... Kann man mit jedem... Also, das ist halt das einzigste, was dafür gedacht ist. Kann man jetzt irgendwie ein Werkzeug vergessen? Hammer, Axt, Don't Pick. Hammer, Axt, Don't Pick. Und, jawohl, es gibt einen Baseballschläger. Hodge, Hodge. Ja. Requested Workstation, Campfire. Basic Repair Kit. Bonfire. Until Campfire, until Campfire. Wood Spike. Ja, das müssten wir doch erst mal... da reinziehen, oder? Und jetzt? Ist nicht so selbsterklärend, wie ich es gehofft hatte. Weiß nicht. Also, das kann ich ja eigentlich theoretisch auswählen, was ich hier craften will. Irgendein Cooking Spot. Ja. Any Mushroom. Jetzt müsste der doch eigentlich... Nee. Genau, also Any Roasted Vegetables ist jetzt hier drinnen, sogar zweimal. Ja. Hm. Required Workstation. Ich bin da ein bisschen... Aber wir sehen ja sowieso, gleich passiert irgendwas, wenn hier... Was? Alles klar. Alles klar. Ich habe es einfach wieder kaputt gemacht. Hm. Ich bin da gerade ein bisschen... Ich denke mir die ganze Zeit, man muss doch irgendwie Steine abbauen können. Mit welchem Werkzeug macht man das denn? Also nicht mit einer Axt. Eigentlich macht man das mit einem Hammer, theoretisch. Oder mit einer Picke. Stein. Ah, da sind meine Steinwitzfähigkeiten irgendwie ein bisschen in die Jahre gekommen, würde ich mal behaupten. Oh, hier gibt es Blaubeeren. Oder Schwarzebären, wie sie hier heißen mögen. Tja, würde ich mal sagen, hallo Schwein. Also das meinte ich natürlich, hallo Schwein. Ist da hinten. Uh, da ist ein bisschen Haus. Exploration, meine Freunde. Exploration bringt immer was. Das müsst ihr euch merken. That's very important for you. Ganzes Schwarze. Okay, ist einfach nur so ein bisschen random schwarz. Ich wusste doch, hier muss irgendwo irgendwas stehen. Also das macht das doch hier alles keinen Sinn. Dann wachsen Bäume durch. Was ist da los? Wow, whoa, 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 hey, was bist du? What the fuck, was bist du? Chillbar dein Leben. Ähm, 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 ähm. Essen, ganz drüngend essen. Ähm, b-b-b-b-b-b-b-b. Kriegen wir damit Leben wieder hin? I'm not ready yet. Lass mal alles abrippen hier. Wie kriegen wir jetzt Essen wieder hin? Äh, Leben meine ich. Was geht denn ab? Können wir dadurch jetzt Leben regenerieren? Da hängt ein Bär an der Wand. Geht das Leben hoch? Ja, das Leben teht hoch, aber ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem... Wie können... Da ist eine Knarre, wir brauchen die Knarre. Jawoll. Wir rippen dem einfach das ganze Haus ab, dem Typen mit, der hier gewohnt hat. Jut, hätte er nicht weggehen dürfen. Und wenn ich da... Doch. Unten können wir nicht, ja. Okay, wir können es auch hinlegen, falschrum natürlich. Ist es jetzt mehr Live-Responsing? Nee, scheißegal. Ich brauche auf jeden Fall mehr Schuppi. Schuppi, Schuppi. Hier, ein paar Blaubeeren. Na, gönn dir, Junge. Äh. Es die Blaubeeren. Okay, haben wir dem erstmal hier richtig die Bude ausgeräumt. Total asozial. Und jetzt wird es dunkel. Jetzt ist die große Frage, ist das auch wie in Minecraft, dass du... Ja, wenn du dich hinlegst, dass dann der Tag in die Nacht schnell vergeht. Kommen hier auch Monster. Oho. Bezüge. Sollen wir mal so richtig asozial sein? Komm, jetzt sind wir mal so richtig asozial. Okay, alle gucken jetzt einfach mal kurz weg. Okay. Okay. Die Ziege hat gewonnen. Ist okay. Kann ich eigentlich schon Pfeile jetzt herstellen? Die sind doch jetzt schon voll... Nein. Flint. Es fehlt noch an Flint. Eigentlich... Ich habe noch gar nicht so richtig gelernt, was hier eigentlich alles abgeht. Alter, was ist hier los? Jawoll, alle. Warum können wir das jetzt auf einmal alles? Was hat das jetzt gebraucht? Ah, lol. Polarbeer, lol. Das ist das, was wir... Uh, das ist das, was wir bei dem gefunden haben. Scheat. Aha. Okay. Dann kriegt er erstmal hier was richtig Gutes, damit er nicht kalt wird, dem Boy hier. Rucksackmäßig könnten wir nochmal was bauen. Haben wir da was? Eigentlich nicht, ne? Haben wir das jetzt getrunken? Amt der Kempfeier? Ah. Eine Wooden Needle. Okay. Leute. Alter, was? Woher kommt... Woher kriegt man die Ritze? Ach, gut. Scheiße. Okay, warte mal. Wo war das Haus gewesen? Das war irgendwo da hinten. Äh. Hier. Gleich mal hier die Knarre rausholen. Ey, fuck. Wo war das Haus? Ich sehe nicht das Haus. Doch, da müsste das sein. Das ist eine viel zu gerade Fläche für diese hügelige Landschaft. Wow, wow. Hä? Was ist los mit den Leuten hier? So, geht die Nacht jetzt schnell rum? Geht die Nacht... Ah, Sleep! Nice! I'm hungry, ist mir egal. Jawohl, mitten am Tag. Komm, aufstehe. Die Nacht ist vorüber. Der Ernst des Lebens beginnt. Das Problem ist aber... Ja, aber mit Schleiß ist ja nicht so nett. Wir brauchen, wir brauchen hier... Wo sind unsere ganzen Bären? Achso, wir haben Früchte all... Äh, können Sie sich herstellen. Hooking-Spot fehlt. Klar, natürlich, selbstverständlich. Ähm, ja. Guck mal ins Inventar. Ich... Idiot. So, da. Hier habe ich mich gesucht. So. Moment. Nein, jetzt. Bleiben Sie nicht hängen, junger Mann. Was hat uns denn da so wehgetan, ey? Achso, wir haben auch wieder Full Life. Ich weiß nicht, was uns da so wehgetan hat. Wir haben auch wieder Full... Full Life. Full Life? Voll geil. Also, dann schlafen ist sexuell. Achso. Nee. Das ergibt keinen Sinn. Äh, noch ein paar Rasperries hinterher. Hinter die guten Blueberries. Oder Blackberries, wie sie hier heißen. Oder geht was Explorieren weiter? Oh, wir haben schon eine halbe Stunde rum. Ich habe doch noch nichts... Ich habe doch gar nichts gerafft und noch nichts geschafft, ey. So, wir brauchen schon nichts mehr essen. Die Frage ist... Die Frage ist natürlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ist das mit... Also, es gibt hier verschiedene Seeds, wenn man hier so ein Level erstellt. Und was passiert, wenn man ins Wasser geht? Das haben wir auch noch nicht ausprobiert. Da ist eine kleine Insel. Also, Möwe. Ich habe die Möwe vom Himmel runtergeholt. LOL. Ich bin der Killer, der Jäger des Jahrtausends, ey. Shit. Okay, Dive. Dive geht auch. Okay, hier ist noch ein bisschen zu... Zu... Zu unsexuell zum Diven. Geht es doch bestimmt so ein... Hier gibt es schon mal andere Dinge. Korallen, so ein Stuff. Ja, jetzt haben wir das Problem, was ich mir schon eben gedacht habe, als ich das Backpack-Symbol gesehen habe. Not enough space. Wow, 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 wow. Ich habe es geahnt. 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 Scheiße, 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 scheiße. Ah, Glück gehabt. Okay, wie bei jedem guten Bohemia-Interactive-Spiel. Alter. Alt und man kann sich um... Ja, doch. Alt und man kann sich umsehen. Ja. Und immer weiter laufen. Das gefällt mich maximal. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Wir müssen uns ein Rucksack craften, theoretisch. Nur die Frage ist natürlich, wie machen wir das? Also das ist ja quasi nicht machbar. Jetzt kommt er wieder. Der Kater des Jahrhunderts. Kann dir rein, was ist denn los? Hast du Hunger? Nee, noch nicht. Oder du hast doch eben erst gefrühstückt. Nee, nee, bitte nicht. Nee, nee, bitte nicht irgendwo draufsetzen. Nicht auf die Tastatur setzen, Junge. Was ist los bei dir? Lass doch mal den Tisch in Ruhe. Alter, Vater. Du bist echt immer voll kurios unterwegs, mein Freund. Sorry, das ist... Jetzt legt er sich genau vor die WASD-Tasten. Aber das ist nicht für mich. Ich kann ja gerade hier so suchen. Endlich ein bisschen streichen, die damit abgelehnt ist von Unsinnigkeiten, die er immer im Kopf hat. Was ist ein Schwein unterwegs? Tja, Backpack, Backpack, Backpack. Weil wir haben ja hier das Symbol eines Backpack, so wie Schuhe. Und könnte ein Cape sein. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. I feel fine. Das ist aber schön. Browsing Food. Wieso? Ah, äh. Backpack. Nee, Crafting. Crafting, Crafting. Nein, nein, nein. Alles. Backpack. Ja, Leute. Ich würde sagen... Wir müssen das jetzt mal lernen hier. So, interagieren. Okay, wir müssen jetzt hier interagieren. Nothing to... Nothing... Nothing to craft. Nothing is currently being crafted at this workstation. The available... Formulas... Formulas can be found under the Crafting tab. Ja, okay. Wahrscheinlich brauchen wir erstmal hier ein Rezept, ne? Okay. Also. Craft. Warum läuft jetzt hier keine Zeit, verdammte Kacke? Ich verstehe es nicht. Wir müssen... Hä? Ante Kämpfer. Das müssen wir doch eigentlich theoretisch erstmal anzünden. Ich verstehe es nicht. Wir müssen erstmal echt ein Flint oder ein... Kämpfeier, Kämpfeier. Wie können wir... Wie können wir denn... Ja. Kämpfeier halt, ne? Ich weiß auch nicht, wo der Unterschied zwischen den beiden hier ist. Da brauchen wir nur Sticks und da brauchen wir Wunden Pieces. Until Bonfire ist natürlich auch noch so ein Riesengerät. Das haben wir eben auch schon mal aufgestellt. Basic Repair Kit. Weiß nicht... Was man mit einem Basic Repair... Wahrscheinlich seine Waffen reparieren, ja. Das kann sein, weil die gehen ja hier... Die gehen ja hier mit der Zeit kaputt. Ja. Ja. Ja, ist wie gesagt schon mal hier so ein... Ich habe keine Ahnung... Was ist jetzt hier? Ist das jetzt fertig? Ne, was passiert denn denn jetzt, wenn die Zeit rum ist? Ja. Nichts ist passiert. Ist seine Zeit abgelaufen und das ist alles oder was? Mensch. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin völlig über, unter und nebenwältigt. Weg mit dir. So. Alles klar, mit dem Hammer können wir einfach alles abbauen. Versuchen wir hier gerade so ein paar Gedanken zu machen, wie das... Jetzt hat er schon wieder Hunger, Alter. Der frisst wie ein Schwein, Alter. Wie so ein Scheuntrescher. Ja, wir können hier Korn sammeln. Alter, wir können hier einfach alles sammeln. Die ganze Insel leer sammeln. Können Sie bitte einen Schritt zurückgehen? Das ist sehr unfassbar nett von Ihnen, Junge. Aber ein Dankeschön. Danke für Ihre Mitarbeit, das ist immer wieder... Oh Gott. Du kannst mal da hinten bleiben, sonst gibt es hier nämlich einen Schuss in den Kopf. Wow. Alter. Ja. Ja. So sieht es nämlich aus. Bamm. Junge. Oh Gott. Ach, der Kader hat sich jetzt wieder hier ein Spielzeug organisiert. Ja, siehst du? Oh, oh. Oh, jetzt habe ich seinen Mate getötet. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Jetzt sind wir halt Assoziat drauf, ja? Irgendwann, irgendwann geht es halt los, Alter. Wenn man halt... Ja. Ein bisschen eskaliert. So, jetzt haben wir noch drei Schuss, das reicht für unsere Hinrichtung. Kater, kannst du das einfach mal... Der Typ macht mich völlig kaputt. Der macht mich völlig kaputt, der Junge hier. Du könntest ja mal wenigstens ein bisschen Support geben und ein bisschen in die Kamera gucken. Guck mal hier. Hallo, Freunde. Freunde. Ja, siehst du? So kriegt man den vom Tisch runter. Man hält den kurz in die Kamera. Das ist wie, wenn man fotografieren will. Der merkt das. Und rennt dann sofort weg. Und wenn du das Handy in der Hand hast, stundenlang kannst du neben dem liegen. Alles easy. Alles cool. Warum ist das jetzt ein Minus? Ist das schon die ganze Zeit Minus? Ach so. Ah, wird abgezogen. Ah, klar. Ah, man kann den die ganze Zeit hier neben dem mit dem Handy lesen. Keine Ahnung, whatever. Jetzt geht er weg, geht er weg, geht er weg. Nein, ich will nicht stemmen. Ja, mal das. Let's play. Idee. Oh, wir haben noch eine Hütte gefunden. Nice. Explorieren bringt echt was. Da gibt es noch eine Leiter. Oh, was ist das? Oh, was ist denn hier? Oh, Dachboden hat er noch. Okay, das ist irgendwie sick. Scheiße. Danke. Also, ganz ehrlich, die Kamerasteuerung ist jetzt nicht so geil. Ja, geht nicht. Voll ist voll, wa? Und Dach. Das ist halt, das ist halt Billo, dass das irgendwie so platziert, dass das innerhalb... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Wer hat Buss? Nein. Ah, man kann sogar in Ego... Achso, ich hab gedacht, die Kamera wäre die ganze Zeit so krass gebackt. Wir können uns nicht... Moment, ich hab eine Idee. Nein. Okay, wieso ist das Ding jetzt kaputt gegangen? Können wir sich grad ein neues bauen? Werkzeug. Äh, Axt. Inventar. Also, die Inventarführung ist auch irgendwie noch nicht so richtig geil, muss ich euch leider gestehen. Hab ich grad nicht... Ah, sagt er. Au? Ah, ja. Alter. Das ist jetzt aber nicht so ein Scheiß-Ernst, oder? Ah. Oh, lol. Okay, hat schon gereicht. Optimal. Ja, super. Also, jetzt haben wir hier das nächste gefunden, was uns irgendwie grad nicht weiterhilft. Wir brauchen... Wir brauchen... Space... Space... Wir brauchen Space... Wir brauchen Space... Wir brauchen... Wir brauchen... ...ein Lagerort. Wir brauchen einen Unterschlupf, den wir uns vielleicht selbst bauen. Problem ist, wie kommen wir an die Ressourcen... ...zusehen wir an die Ressourcen, sondern an die... ...Baupläne. Und wie baut man hier überhaupt? Also, das ist alles sehr merkwürzig. Muss ich echt nochmal bestehen. Also, ich hab da echt noch nicht so ganz so richtig geil durchgeführt. Block Peace... Block Joint... Block Crosspoint... Block... Block Spike. Blockạo ق Block 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 Äh Ne Ne Wieso kann ich das nicht Wieso kann ich das nicht in eine andere Richtung Tränen so vielleicht mal hochkant Ach man kann die Sachen noch für eine Minute 40 aufheben Aha Und wieder was gelernt Also glaube ich zumindest Jetzt haben wir hier so ein Ding gemacht Ist das so, wird das so gebaut Bauen die das so Wie macht der die hoch Wie macht der die hoch Hochwärts Also Wie da Die Trägerbalken quasi Okay die bauen einfach so Okay die bauen einfach so die Hütte Ja ist ja machbar Braucht man halt nur 800 Milliarden Äh äh Holz So Ein Schlag von draußen Bam So einfach geht's manchmal ne Okay Okay da Bauen einfach jetzt hier alles ab Hier kommt alles weg Warum selber Aber warte mal Können wir gerade die Lok einsammeln Der ist ja glaube ich noch aktiv zum einsammeln Oder vielleicht auch irgendwann nicht mehr Keine Ahnung Jawohl Ja geil wäre der Multiplayer Man kann das ja auch Multiplayer spielen im Übrigen Ähm Aber natürlich auch irgendwelche Dinge bauen Und den Gegner damit verwirren Und dann äh Wieder Sachen wegbauen Ja okay Was wird das Der kommt auch weg Kommt alles weg hier Und schon Nice So jetzt müssen wir den natürlich noch kaputt hauen Damit hier auch alles weg Weg alles Alles weg Es muss alles weg Ganzes Bahnhof Ganzes Flughafen Kommt alles weg Kommt schon Nicht in die Bude hauen man Nicht in die Bude Jetzt Hör doch mal nicht so Was ist denn los So Erstmal zumachen Was ist das jetzt da unten Das ist unsere Axt Wieso haben wir denn unsere Axt da rausgelegt Axti Also ich muss sagen Dieses ganze Ja greifen Das Das funktioniert alles nur Semi geil Also ich weiß nicht Das ist irgendwie So Haben wir jetzt erstmal hier Uff gemacht Würde ich sagen Kann man das einfach so Ja gut Okay Dann das raus Das nehmen Anziehen Jawohl Jetzt geht ab Alter So Hat das wieder auch mitgetauscht Kann man das Ob man das irgendwie kaputt machen kann Moby Dick Und ne Feder Ne Iron Knife Das ist ein Besser eigentlich Ja Blind Lock Muskete Achso Da gibt es dann extra hier Musketen Geschüsse Schüsse Oak Tree Ja Alles klar Seed Hier gibt es ja noch Viel mehr Stuff Jawohl Moment Entschuldigung Gleich 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 Bleiben Sie ruhig Bleiben Sie ruhig Ich will hier erstmal den ganzen Scheiß Auslangen So Okay Da gibt es nicht Ey da gibt es Kannst du neue Sachen drin lagern Also neue Plätze quasi Das ist ja jetzt echt nicht viel Also würde ich jetzt mal so behaupten Ah zum Beispiel hier Das ist doch gut Das können wir doch einfach da ablegen So nice Okay Was gibt es hier Okay Können wir alles nehmen Erstmal ein bisschen wieder Das Inventar zu klatschen Muss ich ganz ehrlich sagen Ich bin da ein bisschen ungeduldig für Dass das irgendwie alles nicht so Das nicht so Eingänglich ist Ja ich meine Also es ist halt echt Bisschen Ärgerlich Dass man So seltsam Seine Haus baut Das ist halt wie gesagt So voll Wir machen auf Minecraft Ja Aber Wir versuchen es So weit zu verändern Dass man es halt nicht sagen kann Okay wir haben Minecraft nachgemacht Sondern Es ist halt irgendwie ein bisschen merkwürdig Weil Diese Logs da aneinander legen Machst du in Minecraft Ja per se erstmal auch Aber ich weiß nicht Versuch mal das Schwein zuschlagen Komm her Schwein Schwein Naja okay komm Lassen wir das Schwein Ich muss das mal rausfinden Wie das jetzt funktioniert Also Ja Wir haben ein Basic Repair Kit gebaut Das können wir wahrscheinlich Irgendwelche Sachen reparieren Plank Leather Sheet Brauchen wir per se ja erstmal Glaube ich nicht Können auch einen Löffel herstellen Okay Inventory Container Jawoll Bepflanzen Päuschen heute Alles klar Was sollen wir denn da machen Queuing Kit Okay Woher kriegen wir Woher kriegen wir dann Einen 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 Garn und Einen Wow Wow Danke Wollen wir denn für Ja Flux Plant Okay Davon haben wir Die Failed Regret Workstation Spinning Wheel What Wie Spinning Wheel Alter Was ist denn jetzt Grass Sleeping Pad Oh das ist Nice Block Stuhl Sleeping Pad Bader Searing Kid Any Knife Okay Naja gut Das haben wir uns Mal aus der Hui gemacht Halt Hier können wir uns mittlerweile echt viele Klamotten machen Flora Okay Alles klar Flora Können wir noch Wir können noch nicht Flora 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 Ja Flora Flora Das gehört zu Waffen Building Materials Alles klar Ja okay Dann kannst du halt Im prinzip mit dem Stroh Kannst du dann ein Dach Machen Wie in der Anderen Hütte dort oben, ja gut, Crossjourner, alles klar, okay, okay, also ich komme jetzt quasi soweit mit, aber irgendwie, also gerade wie diese Geschichte mit dem Feuer funktioniert, ist mir echt noch ein Rätsel, ich glaube, das ist auch ein Plateau, ein gerades Plateau, wo haben wir denn jetzt eigentlich schon, ach du Heiliger, wir sind schon fast am Ende, so, jetzt klar, ähm, so, ich weiß nicht, was wir jetzt damit machen können, wenn wir das jetzt anzünden, gibt es ein Riesenfeuer, aber anzünden bräuchten wir natürlich Flint, und um Flint zu bekommen, müssen wir wahrscheinlich umfassbar tief in die Erde graben, schätze ich jetzt einfach mal, äh, haben wir das Ding noch, haben wir noch, jawohl, ich will jetzt nicht schon wieder da für euch, ähm, also nicht für, ich will nicht für euch irgendwas machen, nein, ich will jetzt nicht da schon wieder so ein Loch buddeln, was Ewigkeiten dauert, irgendwie, jetzt hier nicht einfach irgendwo eine geile, sexuell anregende, ehrregende Höhle, mitten rein jetzt, und Vollgas voraus, ich kann schon auch mal ein bisschen anstrengen, der Junge, Marble Chunk, Chunk, alles klar, so, und alles klar, ja, I'm hungry, du kannst mir mal hier auf den Symbol gehen, hier, du, so, jetzt bauen wir uns einfach mal nach unten, jetzt machen wir hier den Minecraft FAPO, überhaupt, und einfach mal nach unten bauen, und ja, ich tue das Spiel hier ganz bewusst die ganze Zeit mit Minecraft vergleichen, weil, ähm, so viele Parallelen, äh, sei es die Optik, die Minecraft damals revolutionär war, ja, das hat es einfach vorher so niemand gemacht, ja, es muss immer alles, äh, Full HD und die geilsten, äh, Asset Grafiken, keine Ahnung, also die, die, die schönste Grafik sein, und Minecraft FAPO einfach gesagt, naja, Pixel-Look reicht, ne, 16-Bit schickt, und, ja, deswegen bin ich da immer, ähm, und das macht ja hier das Spiel ähnlich, also, das ist ja auch eine ganz andere, ganz, ganz andere Grafik, und deswegen muss es sich den Vergleich einfach, äh, gefallen lassen, sag ich jetzt einfach mal so, äh, tust du die jetzt nicht automatisch austauschen, oder was? Hier, abends, weg, ne, warte mal, warte mal, warte mal, wir hatten doch, wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch hier so'n, so'n, so'n Ding, so'n Gerät, so'n Gerät, so'n Gerät, haben wir hier, wie funktioniert denn das jetzt? Okay, ich versteh nicht mal, wie's funktionieren soll. Wie soll ich dieses Spiel verstehen? Wir bauen, wir buddeln das jetzt gnadenlos einfach nach unten, ich will gucken, was da unten kommt. Werden wir jetzt erfahren. Jetzt wird's nämlich wieder dunkel. Ich steh' schee dunkel. Aber keine Sorge, ich bin immer bei euch. Und hier drin ist so verdammt hell, die Lampen erstrahlen heute wieder in vollem Glanze, was ihre Leuchtleistung angeht. Vielleicht nur wissen, ob's nicht vielleicht irgendwie so'ne Höhle oder sowas gibt. Kann ja nicht sein, das kann nicht so schwer sein. Vielleicht müssen wir einen Kreis drehen. Dadurch hier den Support ein bisschen unterstützen, was das schneller vorankommen angeht. So, weiter geht's. Das haben wir hier mal erstmal aufgeräumt. Bitte buddeln sie weiter nach unten. Ja, Freunde, es kann nur so ungefähr eine halbe Stunde dauern. Ist das eine Höhle? Ist das der Sound für eine Höhle? So dieses hallende Geräusch? Oder Lava? Jetzt gleich umbringen wird. Ja, ich kann euch jetzt gerade auch weiter irgendwie... Oh, oh, können wir hier durch die Welt durchbauen vielleicht ein bisschen? Die Existenz machen, das muss doch gehen. Hier müssen noch irgendwelche Bugs vorhanden sein. Okay, sind sie nicht. Tja, Freunde, was soll ich euch dazu sagen? Ich würde sagen, die erste Stunde Wildlands ist nun gleich für euch geschafft, für mich auch. Also, ich muss ganz ehrlich bestehen, ich bin dem noch ein bisschen gespalten gegenüber. Also, es ist... Es ist ein bisschen merkwürdig. Also, es kommt... Man... Ich verstehe hier auch einfach gewisse... Vielleicht denke ich zu kompliziert und ich bin zu doof. Ich würde beides nicht für unmöglich halten. Aber, ähm... Oh, snap! You died! Tja. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen geplant. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es funktioniert. Ähm... Ich finde es tatsächlich ein bisschen... Ich meine, kompliziert ist eigentlich das falsche Wort. Tatsächlich ist kompliziert das falsche Wort. Aber ich glaube, ich gehe da mit einem viel zu komplizierten Gedanken lang und bestehe nicht, in welcher Zusammensetzung sich hier was ergibt. Das ist mir irgendwie... Also, zum Beispiel... Roasted... Ja, Cooking Spot. Wo kriege ich... Wo kriege ich Cooking Spot her? Also, wenn ich jetzt... Wir können ja einfach mal gucken hier. Dann gucken wir rein. Cooking Spot. Äh... Cooking Spot gibt es nicht. Also, ja? Ja, doch, genau. Mit Doppel-O. Habe ich jetzt schon... Ja, jetzt habe ich gerade gedacht, der Cooking falsch gemacht hat. Also, wie... Wie lernt man Rezepte? Ja? Also, um wieder den Vergleich anzustellen, Minecraft-Rezepte. Mittlerweile gibt es ein Rezeptbuch. Das habe ich auch erst bei einem letzten Update, wo ich mal wieder nach Jahren reingeschaut habe und eine Stunde gespielt habe. habe ich gesehen, dass es mittlerweile ein Rezeptbuch gibt. Das heißt, wenn man Sachen entdeckt, dann werden sie abgespeichert. Dann, äh... Kann man das schneller aufrufen und so. Das ist eigentlich ganz cool. Aber gab es früher nicht. Aber... Es war irgendwie logischer. Man konnte... Also, bei Minecraft kannst du ja sofort alles machen. Da hindert dich nichts daran, äh... Irgendwas zu bauen. Du brauchst halt nur die Materialien. Und das ist dann halt wieder... Das ergibt sich aus dem, aus dem, aus dem. Obst die, die kriegst du halt nur, wenn du einen Diamantspitzwacker hast. Diamantspitzwacker kriegst du halt nur, wenn du einen Steinspitzwacker hast. Äh... Und, äh... Nee, Eisen meine ich natürlich. Und, ähm... Ja, also... Und so weiter und so weiter und so weiter. Und zum Überleben brauchst du halt auch mal ein bisschen Snacky-Snacky. Und, äh... Kannst nachts nicht raus. Und, äh... Bett, naja, brauchst du erstmal Wolle. Dafür brauchst du Schere. Also, das ist halt... Baut sich alles aufeinander auf. Aber möglich ist im Prinzip alles. Und hier... Ist es jetzt irgendwie leider so, dass es alles ein bisschen... Es ist nicht... Mir ergibt es nicht, wo wir auf einmal die ganzen Rezepte... Wo... Also, jetzt guck mal. Was ist das jetzt hier? Das ist Survival Design. Ja, obviously. Ja. Toll. Danke. Destroy. Ähm... Wenn man guckt, äh... Was... Wo war das jetzt gewesen? Da, Klamotten. Wo kriegen wir diese ganzen Klamotten her? Liegt das daran, dass wir irgendwas aufgesammelt haben, was dazu passt? Also, zum Beispiel jetzt hier Leder. Dass wir einmal Leder hier in dem Haus, war das zufälligerweise sogar, äh... Aufgenommen haben und dementsprechend auch, äh... Dann das Rezept bekommen. Hat mir jetzt so, äh... Ja, und was müssen wir auch... Was gibt es noch, was wir nicht aufgesammelt haben, um ein, äh... Eine Kochstelle zu bauen? Wie funktioniert das in dem Feuer? Müssen wir erst Flint finden? Was muss ich dafür machen, um Flint zu bekommen? Äh... Das ist halt, also... Näh... Ja, weiß nicht. Ich... Äh... Witzert. Blooming Magic Bash. Was ist denn? Weiß nicht, was ist jetzt. Es ist natürlich dunkel. Jetzt ist es dunkel geworden. So eine Scheiße. Okay. Also ich denke, ich habe meine Meinung ausdrücklich zu Worte gebracht, äh... Beziehungsweise, das heißt, Meinung, ich... So eine richtige Meinung habe ich dazu erstmal persönlich. Das ist ein Early-Axis-Spiel und ich glaube, wenn das mal rauskommt, Zwinker, Daisy, Zwinker, Zwinker, ähm... Ne, also wenn das mal rauskommen sollte, aus dem Early-Axis, ist in ein paar Jährchen oder irgendwie so, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht echt ein cooles Spiel ist, aber jetzt zumindestens... Oh, wow, da draußen ist gerade irgendwas rumgelaufen. Jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, muss man sich damit mehr als eine Stunde beschäftigen, um da durchzublicken oder vorher vielleicht irgendeinen Wiki lesen, ähm, das einem so quasi die Grundzüge erklärt. So, das würde ich jetzt erstmal dazu sagen, also ich möchte das nicht verurteilen, das Spiel ist nicht schlecht, das funktioniert erstmal so alles wie es soll, glaube ich. Die Steuerung war es ein bisschen hakelig, ein paar Drops gibt es zwischendurch auch und ich meine, ich habe jetzt nicht das, äh, das schlechteste System auf der Welt, ähm, und, äh, deswegen, ähm, das ist, es ist halt Early-Access, also da kann man, ich finde, also ein Spiel kann man per se erstmal sowieso nicht bewerten, ähm, nur im, was ist aber das Teil hier, äh, nur im direkten Vergleich zu spielen halt wie Minecraft oder so und dagegen hat es halt einfach keine Chance, weil halt auch Minecraft irgendwie schon, pff, weil 10 Jahre alt ist, ne, keine Ahnung, ich glaube 8, 8 Jahre müsste das jetzt mittlerweile sein, oder, doch, 8, 8, kann sein, ist ja auch egal, ja, das war meine Meinung zum Spiel, Wildlands von, äh, Bohemia Interactive, ihr könnt ja mal eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen, hab ich das gut gespielt, hab ich schlecht gespielt, bin ich zu doof gewesen, wahrscheinlich schon, ja, doch, ähm, oder vielleicht nochmal Tipp oder Trick hinterlassen, vielleicht kommt da nochmal eine zweite Folge, mal schauen, ähm, wie sich das Spiel entwickelt, ich werde es mal, ähm, im Hinterkopf behalten und mal vielleicht wieder reinschauen, jetzt wird mir richtig kalt, man sieht's, glaube ich, ja, das blaue Zeichen fliegt auch, wir frieren sogar, mein Gott, der arme Kerl, und mit diesem theatralischen Abgang, danke ich mich euch fürs Zuschauen, danke ich mich für euer Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge von was auch immer wieder, was auch immer, ist auch ein schöner Format, wie gesagt, diese eine Stunde, das eine Stunde Trine hier in Todes, Todeskampf gegen diesen Wolf, der mir am Arsch schnuppert, haut rein, euer Jens, ciao, ciao.